Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Prompt Engineering. Wie bekomme ich das Optimum aus ChatGBT mit JourneyDolly und Co. heraus? Heute mit den besseren Aufgabenstellungen. Da gibt es ein paar Tricks, die man definitiv anwenden kann, die ich euch nahelegen möchte. Aber davor lasst mich noch kurz drei Fragen beantworten, die in den Kommentaren in der ersten Folge kamen. Werden wir uns nur auf ChatGBT beschränken? Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden uns selbstverständlich auch mit Journey oder auch andere Modelle ansehen. Und das wird natürlich dynamisch wachsen hier. Ich habe die Folgen spontan aufgenommen, das heißt, das ist nicht eine vorgefertigte Serie, sondern die wächst auch mit euren Kommentaren. Ich finde diesen Input sehr wertvoll. Das zweite ist, werden wir selbst solche Netze bauen oder verändern? Wahrscheinlich erstmal nicht. Dazu fehlen mir die Ressourcen. Ich habe keine 50.000 Grafikkarten zur Verfügung, die ich fürs Training benutzen kann und auch das Geld selbstverständlich und vor allem auch die Daten. Da sind einfach solche riesigen Firmen sehr viel effizienter. Ich hatte das im Extra-Video nochmal erklärt. Und das dritte, werden wir uns hier mit der API beschäftigen von zum Beispiel GPT-4 oder von anderen Software-Applikationen drumherum. Das werden wir definitiv tun. So, jetzt lasst uns auf die Aufgaben nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Wir hatten das letzte Mal das hier als Struktur identifiziert und erarbeitet und haben hier einmal gesagt, okay, wir definieren die Aufgabe, wir definieren danach den Kontext und was man dazu wissen muss. Und wir wollen uns heute speziell mit der Aufgabe nochmal befassen. Wir hatten hier einfach gesagt, erkläre Quantencomputing. Okay, die restlichen zwei Sachen lasse ich jetzt einfach mal drin stehen. Wir können hier allerdings sehr, sehr viele verschiedene Modifikatoren wählen. Erkläre es nur einen Modifikator. Und hier möchte ich, dass ihr an eure Schulzeit oder an eure Uni-Zeit zurückdenkt oder hindenkt oder wann auch immer ihr gerade seid. Und da mal überlegt, welche Operationen oder Anweisungen eure Dozenten verwendet haben. Das heißt, was wir machen können, ist zum Beispiel Nenne. Nenne ist etwas, was ich extrem häufig benutze. Nenne 10 Anwendungen von Quantencomputing. So, was hierbei passiert ist, dass hier erstmal ein einleitender Satz kommt normalerweise und anschließend wird eine Liste generiert. Eins, zwei, drei, vier. Wir müssen es uns nicht ganz zu Ende angucken. Das Wichtige ist aber, hier sind 10 Anwendungen. Das heißt, es werden wirklich 10 Anwendungen genannt. Nicht weiter erörtert. Ich empfehle euch das als einen guten Startpunkt für ein Thema, das ihr vielleicht recherchieren wollt oder zu dem ihr euch informieren wollt. Wichtig ist, dass ihr bitte alles trotzdem nochmal Fact checkt. Ja, das ist nicht unbedingt, auch wenn es sich so anhört. Das hört sich immer super gut an, aber es ist nicht immer korrekt, was da rauskommt. Nenne liefert euch allerdings häufig oder eigentlich in fast allen Fällen eigentlich. Ich habe noch, glaube ich, keinen Fall gehabt, wo es nicht so war. So eine Liste mit einfach nur den 10 Dingen über Quantencomputing zum Beispiel. Und das ist ein Operator, den ich extrem empfehlen kann. Ich briche das hier an der Stelle mal kurz ab. Das kann ich euch auch empfehlen. Und hier oben der Edit-Button, der ist, wie gesagt, schon super, super wertvoll. Was wir jetzt hier allerdings machen können, ist, wir können einen dieser Befehle hier oder eines dieser Themen mal genauer untersuchen. Das heißt, sowas wie zum Beispiel Kryptografie. Ja, und da kenne ich mich ein bisschen aus. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, nicht nenne 10 Anwendungen, sondern diskutiere. Diskutieren. Diskutieren ist auch immer so ein super Operator. Diskutiere Kryptografie im Zusammenhang von Quantencomputing. So, und was wir jetzt bekommen, ist eine tatsächliche Diskussion, so heißt das Ding. Da kriegen wir wirklich eine Erörterung von diesem Thema. Man kann das ein bisschen limitieren, aber ja, man muss es nicht limitieren. So, das ist ein wertvoller Operator hier, würde ich auch sagen, den man aus, ja, Uni-Aufgaben im Endeffekt kennt. Also, hier kommen auch gelegentlich Vialisten raus, aber man kriegt dann so ein If und Wenn und, ja, was dann alles passieren könnte und so weiter und so fort. Man kriegt eben einen tieferen Einblick in so ein Thema. So, das ist allerdings natürlich nicht alles. Was ihr auch machen könnt, ist analysieren. Analysiere Kryptografie im Zusammenhang von Quantencomputing. So, das ist ein relativ ähnlicher Operator und dann kommt eben eine Analyse raus. Analysen sind grundsätzlich ein bisschen technischer und ihr bekommt dann so ein kleines Essay, was in eine ähnliche Richtung geht, muss man sagen. Aber das wollte ich nur nochmal darstellen, dass das hier nicht genau dasselbe ist, sondern ein bisschen unterschiedlich ist. Einfach mal ausprobieren, dann kriegt ihr hier eine Möglichkeit dazu. So, was auch extrem wertvoll ist, Vergleiche Kryptografie bei Quantencomputing und klassische Kryptografie. So, Vergleiche ist immer ganz gut, weil wir dann ein das oder das bekommen. Also klar, ich kann auch einfache Fragen stellen hier. Das ist nicht das Thema, das kennt ihr alle schon. Und das habt ihr auch alle schon mal wahrscheinlich gemacht, wenn ihr hier an der Stelle seid. Aber ein Vergleich ist halt noch ein bisschen komplexer. Das heißt, wir können hier wirklich die Unterschiede uns angucken, aber auch die Gemeinsamkeiten. Um euch jetzt nicht zu langweilen mit jedem einzelnen Operator, habe ich genau diese Frage hier mal Chat-GBT gestellt. Und das kam dabei raus. Also Professorin und Lehrer nutzen gerne Anweisungen wie Nenne, Diskutiere etc. Bitte Nenne 25 diese Anweisung. Könnte man natürlich auch erweitern und nicht auf 25 beschränken. Aber die wichtigsten sind für mich definitiv Nenne, Diskutiere und Vergleiche. Es gibt auch Kontrastiere. Man hat Unterschiede und man zeigt sie auf. Aber das ist einfach nur das Aufzeigen von diesen Unterschieden und nicht unbedingt die Diskussion davon. Analysieren ist eine Diskussion mit vor allem Schlussfolgerungen. Zumindest in meiner Erfahrung. Beschreibe, nutze ich ehrlich gesagt gar nicht. Definiere ist auch super. Oder Definitionen abfragen ist auch sehr, sehr gut. Kann man aber auch relativ leichter googeln und dann einfach den ersten Satz bei Wikipedia lesen. Das ist meistens ungefähr das, was bei einer Definition rauskommt. Erläutern und bewerten ist auch gut. Interpretieren habe ich ehrlich gesagt selten bisher gemacht. Wobei ich auch schon tatsächlich ein paar Interpretationen von Symboliken abgefragt habe. Das kann man da auch sehr, sehr gut machen. Also interpretiere bla bla bla. Zum Beispiel die schwarze Flamme bei Buried Tomorrow's Album Black Flame. Sowas habe ich tatsächlich gemacht. Dann synthetisiere ist ein weirder Operator, den ich noch nie benutzt habe. Ich formuliere das immer anders. Ist aber eigentlich eine schöne Idee, um quasi zusätzliche Informationen aus verschiedenen Punkten zusammenzufassen. Und dann in eins zusammenzufügen. Und da kommen wir auch gleich an den nächsten Punkt dieses Videos. Für euch wichtig ist aber auf jeden Fall und für mich auch, ist natürlich auch zusammenfassen. Und die übrigen könnt ihr hier einmal ganz kurz durchlesen. Ich glaube, die brauchen wir gerade nicht. So, jetzt was genau bedeutet aus verschiedenen Quellen? Kann ChatGPT etwa auf das Internet zugreifen? Nein, natürlich nicht. Also das geht nicht. Was wir allerdings machen können, ist Input-Daten geben. Und dazu ein kleiner Trick. Wir nehmen uns jetzt einfach mal von tagesschau.de die Headline. Ich habe keinen Einfluss, was da drin steht. Ja, das ist einfach nur die oberste Überschrift. Machen hier, drücken die Tasten Steuerung A wirklich. Also wirklich eins zu eins. Und gehen dann hierher, machen hier einmal einen neuen Thread auf und sagen, ey, bitte. Aufgabe. Fasse folgenden Artikel für mich zusammen. Kontext. Ich bin Informatiker und muss bald reisen. Und Komplexität und sowas brauchen wir nicht. Artikel, Doppelpunkt und dann wird der Artikel gepastet. Ich muss daran eigentlich nichts machen. Was passieren kann, das ist ein bisschen unangenehm, dass das Ding zu lang wird, dann müsste ich hier tatsächlich sagen, okay, ich schneide Teile ab, weil es gibt eine Nachrichten oder ein Limit von wie vielen Buchstaben man hier quasi rein posten darf. Wenn es mehr ist, dann kann es das Netz nicht verarbeiten. Das passiert bei den meisten Artikeln eigentlich nicht. Bei längeren Papern oder sowas ist das natürlich immer der Fall. Und das können wir hier tatsächlich leider nicht so zu 100% umgehen. Was wir machen können, ist, wir können erst den ersten Teil posten, dann den zweiten Teil posten. Das funktioniert auch. So, und hier sehen wir dann im Tarifschritt des öffentlichen Dienstes in Deutschland scheitern, die Gespräche zwischen Arbeitgeber, blablabla, eine, da, 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 die Gewerkschaften fordern, Arbeitgeber bekommen, und so weiter und so fort. Also, ja, das ist für mich quasi alles, was relevant ist und sozusagen eine Zusammenfassung des Artikels. Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Wir machen jetzt noch eine Sache anders und zwar, ähm, diskutiere die im folgenden Artikel genannten Forderungen und ihre Machbarkeit. So, save and submit. So, so, das ist unsere Diskussion. Ähm, wir haben hier oben erstmal ein, was passiert eigentlich in dem Artikel? Und nein, das habe ich nicht vorher vorbereitet. Ich habe, wie gesagt, einfach legit tagesschau.de aufgemacht und den obersten Artikel genommen. Dann sehen wir hier, okay, welche Streitpunkte gibt es? Das ist der erste, drittige Teil. Ähm, das ist besonders herausfordernd. Dann ist hier irgendwas zu beachten. Und dann, welche Implikationen hat das für mich, für meinen Kontext, den ich angegeben habe? Also, das da. Und das wird quasi hier unten diskutiert. Und dann wird mir eine kleine Hilfestellung gegeben, was ich am Ende machen sollte. So, das ist quasi diese Diskussion, von der wir jetzt geredet haben. Ihr könnt das Ganze mal ausprobieren, einfach mit einem Artikel, den ihr gerade auf der Headline von irgendeiner Seite findet. Völlig egal welcher. Einfach reinposten. Und wenn dann, wie gesagt, zu lang ist, ihr könnt das Ganze auch aufteilen und sagen, ey, das ist der erste Teil des Artikels. Ich mache das mal gerade eben. Ähm, Artikel, äh, das. Ist der erste Teil des Artikels. Bitte antworte nur mit Ja. Oder OK. Sagen wir OK dazu. So, ähm, dann posten wir das hier. Und dann schneiden wir den Teil einfach ab. Save and Submit. Und bekomme hier ein OK zurück. Das ist der zweite Teil des Artikels. Bitte diskutiere, ähm, die Aufgabenstellung von vorhin. So. Und jetzt posten wir das und dann sehen wir hier, okay, in dem Tarifstreit geht es bla bla bla. Ihr kriegt jedes Mal übrigens andere Antworten, weil ein gewisser Teil Zufall in jedem Large Language Model quasi drin ist. Das ist ein Parameter, den kann man häufig über die API einstellen. Ähm, also quasi in der Programmierschnittstelle. Das macht aber das, äh, Chat-GBT für euch. Wir haben hoffentlich noch, aber vielleicht auch irgendwann kriegen wir, kriegen wir das vielleicht mal in dem Frontend hier. Ähm, eine kurze Sache an der Stelle. Dieser Parameter, wie zufällig irgendwas sein soll oder wie, wie viel Varianz da drin sein soll, wie ausgewogen das Ganze sein soll und wie kreativ, das findet ihr hier. Das sind quasi die Einstellmöglichkeiten, die man über die API, wie gesagt, hat. Ähm, mehr genau bedeutet einfach, dass ihr mehr deterministischen Output bekommt. Das heißt, ähm, weniger unterschiedliche Antworten und immer eher dasselbe. Während mehr kreativ bedeutet, dass ihr relativ neuartige Sachen bekommt, dass aber auch sich die Texte jedes Mal unterscheiden. Äh, das ist wunderbar. Das heißt, mehr kreativ würde ich euch fürs Brainstormen empfehlen. Also tatsächlich sowas wie Brainstormen ist auch ein super Operator übrigens, auch wenn ihn Professoren vielleicht nicht unbedingt benutzen. Aber mehr kreativ ist dafür wirklich, wirklich gut, ähm, weil ihr da jedes Mal andere Antworten bekommt und auch ein bisschen, ähm, externen Input habt. Während mehr genau ist vielleicht eher was für, äh, Genauigkeit und Fact-Checking sinnvoll. Okay. Und ja, hier sehen wir, ähm, okay, ich hätte wahrscheinlich hier oben nochmal die volle Dings kopieren sollen, die volle Aufgabenstellung. Und dann hätte ich wahrscheinlich die bessere Ausgabe bekommen. Das würde ich euch schon empfehlen, dass ihr quasi, äh, erstmal sagt, äh, schreibt einfach nur okay und dann schreibt ihr hier die Aufgabenstellung beim zweiten Teil hin. Da war ich jetzt gerade ein bisschen zu faul dazu. Genau. Und das ist so ein bisschen wie ihr mit, äh, externen Eingaben und natürlich auch mit verschiedenen Operatoren hier umgehen könnt. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen fancy an, das ist aber was, was eure Lehrer immer schon mit euch gemacht haben, auch wenn ihr es gar nicht gemerkt habt. Nenne ist einfach nur Punkte nennen, diskutiere ist eher so eine, eben, Diskussion. Und ja, ist wichtig, dass man die auch ein bisschen drauf hat, weil wir jetzt in der Lage sind, das einfach selber zu benutzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.